ja moin moin meine minecraft freunde heute geht es weiter mit minecraft aus unseren ja modernen dschungelbaumhaus keine ahnung mir gefällt es riesig oh mein gott sieht sieht richtig freundlich aus mit der ganzen grünen farbe und ich würde sagen heute machen wir noch so einen kleinen feinschliff und dann ja würde ich sagen sind wir eigentlich im großen ganzen fertig bis auf eventuell die kloster und lampen da muss ich mal gucken dass ich irgendwo kloster und her bekommen aber da lassen wir vorübergehend halt erst mal die fackeln hier irgendwie mit was fangen wir an ja leute mir sind gerade immer fünf minuten abgeschmiert deswegen habt ihr jetzt nicht gesehen wie ich mir jetzt die wolle geholt habe unten weil da gerade ein paar schafe gespawnt worden und wie ich hier leben bekommen haben ich habe das alles mitgenommen weil ich mir einfach gedacht habe hola die waldfee kommt das baum einfach und zwar ein leben habe ich mir gedacht nehme ich einfach mal mit weil ich mir mal ein paar blumentöpfe oder sowas machen möchte und wolle brauche ich ja so oder so habe ich ja gesagt da werde ich mir jetzt erst mal ein mal gucken ob ich das lassen wir das mal nicht hier mal gucken dann machen wir hier irgendwas anders in die ecke machen wir hier unsere crafting table ich wollte noch ein bett ich wollte erst mal noch ein bett ich bin schon wieder voll wahnsinn was ist denn da los ich habe noch ein brauler keine ahnung wo der kommt aber naja komm so ok ich würde sagen ich werde unser bett erst mal aufstellen schade dass man die leiter nicht farblich irgendwie machen könnte hätte ich die jetzt statt das rot hätte ich die jetzt ja das grün oder so gemacht so das letzte mal wurde mir in die kommentare geschrieben große sind großes dankeschön daumen nach oben an dich ich kann die druckplatten ja weg machen letztendlich stimmt wo ich gelesen habe ist es mir selber eingefallen aber man kann sich halt auch nicht alles merken und zwar ist rauche jetzt der wisch machen wir jetzt der wisch wo ist er der jute der wisch so schnell gucken also ich müsste der erst mal hier hoch wo kann ich denn jetzt den wir machen erst mal zweimal den so und hier kann ich wer hier perfekt nicht das grün ich will das helle grün bitte ich brauche die blöcke ich brauche die blöcke warte warte also tun wir erstmal hier und sind hier rein federn haben wir ja auch pilzen genau pilz schnapps auch mit gebracht nicht wundern so geht mal her so jetzt machen wir uns nämlich teppich damit es nicht so kalt an die fuß sollen ist weil ich bin so dass so erinnert der läuft ganz gerne mit socken oder so rum jetzt nicht barfuß oder so aber ganz gerne mit socken so die crafting table können wir eigentlich hoch reinpacken kommt man das mal schnell so ok so leute und zwar machen wir das ganz einfach so so und wir machen jetzt so in karierten tisch so perfekt wollen wir da unten noch mal teppich hin machen ich glaube man das können wir jetzt eigentlich statt dass jetzt hier so farblich ist können wir das eigentlich so lassen ganz ehrlich ich habe aber noch was anderes ist deswegen wollte ich erst mal gucken wie viel ich denn brauche ich mache jetzt noch zwei davon sind wir uns noch den und perfekt so jetzt haben nämlich noch vier stück und da habe ich mir ganz einfach gedacht dass jetzt nur hier noch ein teppich her einfach so bild schräg so man schaut sagt immer mal weg man denn so oder müssen wir ein bild breiter machen da bräuchte ich aber dann noch mal ein bittl wolle leute ich bräuchte noch ein bittl wolle dass mir das genau so 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 genau und hier müssen wir den entsprechend dann mit weiß ausfüllen sondern dass noch weiß da haben uns hier halt noch ein kleines teppich her gezaubert ja ich brauche aber noch ein bittl wolle eventuell hier auch noch oh mein gott leute so ich habe schild der habe ich keine mehr aber das können wir ganz schnell ändern habe ich kein dschungelholz mehr was ist da los verstehe jetzt nicht ich glaube aber mal ich hoffe zumindest dass das ausreicht perfekt so dann mache ich hier noch ein paar dran okay genau so machen wir das kommt wegschlagen perfekt so machen wir den ganzen spaß hier noch so okay was brauche ich dafür da brauche ich auch wieder wollen oder wenn ich bin wenn ich mir das jetzt so überlegen gemälde da hier gegenstand rahmen ne brauche ich brauche nicht okay ich brauche eigentlich nur ich habe nicht genug okay ich muss runter ich muss ressourcen holen leute bevor es nacht wird dann muss ich mit und umschmeißen so okay das nächste mal habe schon auf jeden fall gedacht ich gehe mal davon aus da werden wir mal wieder okay den darf ich nicht wegnehmen oh hier ist eine henne irgendwo sind eventuell noch irgendwo ein paar schäfchen dort ist der ocelot sehr sehr nice eine kuh die henne die so wahnsinn die steht einfach mal da und lässt sich auch nicht irgendwie vertreiben oder so ja jetzt ich mich ab ja super auch nur in zwei nur zwei eine wahnsinn ist brauche holz und ich brauche wolle scheiße und jetzt dazu noch nacht so muss das natürlich wieder sein der tobi rennt einfach mal wieder von zu hause weg und schon wird es wieder finster ganz einfach leute 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 oh mein gott ich wollte eigentlich fertig werden ich wollte heute fertig werden und jetzt kriege ich hier gar nichts im gegenteil ich kann nur zurückgehen weil sie jetzt dunkel wird und kein bock habe hier irgendwie zu kämpfen oder so ich nehme ich jetzt in der super brauche ich einfach jetzt provisorisch hier einfach mal ein bisschen schmatter mit damit ich das machen kann hier bestimmt auch noch ein bisschen was drunter oder irgendwo perfekt man haut doch die kaklian weg man was ist hallo ich sowas tue ich eigentlich nie mit der axt irgendwie habt das gesehen da wo da wo die schluch ich habe es genau gesehen so das dass das das ok da ich gehe mal davon aus das müsste reichen ich hoffe es zumindest ansonsten haue ich jetzt einfach mal den haus noch weg hier den ok da habe ich dann auf jeden fall genug holz so jetzt müssen wir aber die beiden in der hand nehmen schon viel 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 zu dunkel wer kommt online ich grüße jetzt schon real stanz so ich krieg noch eine nachricht so muss das sein so ist das irgendwie immer es ist typisch wenn ich aufnehme da wäre ich so dass so immer mit nachrichten und sowas zugestellt merkwürdig als würden die leute immer drauf warten es ist echt merkwürdig ganz ehrlich ist da eine nachricht kommt dass da wo man was kommt sehr sehr komisch ist das noch ein großer baum oder was da los ich habe ein schaf gehört und das ist natürlich jetzt wieder nachts ist finde ich sehr begeisternd das ist aber sehr sehr weit weg wenn ich das so höre deswegen ist mir das egal ich gehe erstmal hoch und mache erst mal die holz aktivitäten fertig und ja die wolle brauche ich stutter dafür ok kommen wir haben uns erstmal hin wir haben ja jetzt so viel platz und können uns richtig ausbreiten so ok ich würde sagen wir hauen uns mal schnell irgendwas in den morgen zwei kartoffeln reich aus perfekt so jetzt gucken wir mal wo das schaf war irgendwo wo ist der knochen man hier ist er hochstiger xp wir sind level 30 sehr sehr geil so ich habe natürlich auch wieder keine schere dabei leute 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 ok wie machen wir schon das ich muss jetzt mal schnell überlegen ich bin ich bin jetzt gerade nicht genau wie ich das mache m m m m m geben wir mal schnell das eisen machen uns mal schnell eine schere und dann gucken wir mal ob man das schaf irgendwie finden können eventuell oh ja oh mein gott ich hab's eisen reinstecken gab wahrscheinlich so werden wir hier runtergehen arbeitserleichterung so scharf wo bist du hin das hat auf jeden fall hier hinten irgendwo gemäht ich bin nicht sicher bin steht einfach nur sagen ich mache so eine momentane teleportation mal darüber schon eine weile nicht mehr gemacht okay ich bin da ich begrüße euch ja da sind wir ja hat irgendwas ich finde es gar nicht so schlecht gefällt so wo sind die schafe wo sind die viecher was ist hier los eine riesen wieso nix gar nix ich hab lava gehört irgendwo direkt unter mir ist lava oder so so gehen wir mal hier noch schnell im bild in den wald nehmen und holz mit sehr gefährlich die bricht mir gleich ab die axt das ist nicht so gut okay perfekt haben wir davon noch ein bild aber okay ich hab noch eine dabei ja der tor wieder weiß schon wie es macht so was ist ja los wo sind die schafe ich hab mir jetzt hier extra eine schere gemacht damit ich jetzt hier die schafe nicht töten muss und da finde ich keine da haben sie angst komme ich mit dem schwert rein sie sich massenweise von mir auf und komme ich wieder schere und meins gut mit denen sind sie weg was ist denn da gerade großes bei mir unten an der tür vorbei ich sehe eine kuh geht's gut scharf das ist ja jetzt richtig ätzend muss ich mal dazu sagen leute ich wollte wirklich fertig werden und ich wollte den part heute eigentlich nur eine viertel stunde machen und jetzt ist so ein käse hier weil ich ja einfach dort hinten sind zweinchen kommt schon scharf wo seid ihr hühnchen du kriegst auf jeden fall mit der keule spart federn wo seid ihr da guckte ich diese diese riesen wie sie hier an und das nix alter manchmal ist das ja echt verhexte minecraft manchmal da was ihr zu gehauen auf deutsch gesagt mit tieren schweine schon wieder schweine wer braucht die wer braucht die was zu gehauen da hinten sind ganz ganz viele kürbisse so geil und und dann ja wenn du mal darauf suchst und machst oder da findest du gar nichts ist irgendwie immer so da unten ist mit leben aber da habe ich natürlich das letzte mal schon will gesucht da 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 gibt mir möglichst viel wolle bitte bitte fliege ich an komm ich bin es gut mit du hast gerade gegessen fuck fuck weil es geschlagen aber hat mir nur eins gegeben oder was da hinten okay da hinten sind ein paar gott sei dank würde zeit lassen nur eine schwarz alter braun alles herr alles herr ich nehme jetzt die ganze rolle mit ich kriegen kann okay schutz sagen die reicht aus haben wir zwar ein bisschen andere farben aber ich glaube mal für diese komischen bilder haben müsste das eigentlich funktionieren soll ich sagen da hören wir uns gleich die dopen wieder und ja ich bin wieder da und es hat alles perfekt geklappt waren zu leute ok schutz sagen wir reden gar nicht lange um heißen brei wir brauchen erstmal etwas holz dann machen wir ein paar das war hier hinten gemälde fuck leder ich habe leder ich habe definitiv leder keine sorge ich habe zwei leder auch perfekt ich habe genau das was ich brauche alter wenigstens einmal glück leute ich habe einmal glück wahnsinn wahnsinn okay das haben wir ich brauche ein bisschen weiße wolle okay ich muss zwei nehmen das ging nicht anders so gibt mir die weiße wolle hier so dann machen wir jetzt unseren teppich fertig zack 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 könnte ich so okay jetzt kraftig die ein dinger da die habe ich gekraftet aber schon muss glaube ich mal die normal wegschlagen die schilder so kartoffel weg das weg das hin das hin perfekt jetzt klatsche ich die nämlich so dran da brauche ich die schilder nämlich auch gerade gar nicht wenn ich mir das so angucke mit was habe ich denn die gemacht oh mein gott da haben wir noch eventuell irgendwo haben wir nicht okay noch mal schnell runter noch mal schnell was holen und wenn ich das habe dann habe ich es geschafft leute dann habe ich das pensschub für heute auffüllt denn ich bin fertig geworden ist schon wieder irgendwo böses skelett bin ich kein freund von diese ellende sackratte verdammte so jetzt bin ich hier irgendwo in ein loch gefallen wahnsinn so hier schnell hoch ich bin hier hoch oh der ja alles weggesprengt guck einfach mal alles ja behalten wir einfach mal jetzt kommt auch noch eine spinne alter ist ja schon alles gespawnt oder was scheiße 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 los 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 guck komm schnell hoch alter oh mein gott da kommt hier gleich mal der schäbiger creeper so mein gott habe ich keinen platz mehr weil ich würde dann hinschen hier drin ab wahnsinn so ist das so jetzt machen wir noch den wo sind sieht hier hinten okay jetzt haben wir es wir haben es geschafft leute jetzt machen wir nämlich noch so perfekt perfekt so sind wir fertig leute so sieht es jetzt aus lassen wir einfach ich finde die ecke hier so geil da sieht man hier ein bisschen was das sieht man hier ein bisschen was gefällt mir sehr sehr gut okay da bedanke ich mich auf jeden fall dass ihr heute wieder eingeschaltet habt schaltet auf jeden fall das nächste mal wieder ein weil da gibt es wie so eine kleine special folge da habe ich auf jeden fall was geplant worüber ich rede was euch bestimmt interessiert und ja dann würde ich sagen vergesst den daumen nach oben nicht und dann schaut rein und du liebe es zum nächsten mal